Als Obmann des DUS Atmund begrüße ich Sie zu unserer Sportplatz-Eröffnung sehr herzlich. Um 13 Uhr findet ein Konzert der Musikkapelle Atmund statt. Im Anschluss daran treffen die Altherren Atmund gegen Altherren Wesverlitzen aufeinander. Ich wünsche Ihnen recht gute Unterhaltung und spannende Spiele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Ihnen, lieber Günther, schönen Dank, dass Sie hier diese Dokumentation machen. Und jetzt ist genug, jetzt suchst du wiederum jemand anderen, der noch schöner ist als ich. Bülow-Wil, Kapitän, Spielmacher, das hier in der Mannschaft. Dormann, Götz, Aldi. Lehmacher, Mittelfeld. Czernitz, Senior. Kinzl, Rechtsaußen. Glaub ich nicht. Watz, Mittelstürmer. Karius, Verteidiger. Hanna, Karl. Mittelfeld und überall. Watzl, Stürmer. Waxsonus, Mittelfeld. Alles hebt, Vorstopper. Wilhelm Altner-Walt, der linke Außendecker. Wolfgang Czernitz, Reserveführspieler. Stadler, Franz, Außenverteidiger. Seboche, immer, ich haupte, Leifahr. Günther Post, Lieberon. Biasa, Rainer. Nr. 1, Abel-Richard im Tor. Leitner Max. Mit der Nr. 13, Lieberon, Hasenhüter-Kurz. Vorstopper Nikolic. Mit Penalda-Karl. Mit der Nr. 7, das Mittelfeld von rechts. Mit Rothannis. Mit der Nr. 8, dann Spannring. Mit der Nr. 12, Stieg. Mit der Nr. 10, mit der Nr. 6, und die zwei Spitzen mit Vogel Anton, mit der Nr. 3, und Bacher Johann, mit der Nr. 9. Ja, gut, passt. Bitte halt auf, Junge. Die Schwache, hält mich schon. Da. 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 Ich bin mit 1 zu 0 in Führung, Vorschütze Rot-Hannes. Ich bin mit 2 zu 0 in Führung, Vorschütze Mikulisch. Ich bin mit 2 zu 0 in Führung, Vorschütze Rot-Hannes. Ich bin mit 2 zu 0 in Führung, Vorschütze Rot-Hannes. Das ist ein Schuss, in der wir uns mit 2.0 in Führung haben. Ich bin mit 2.0 in Führung. Ich bin mit 1.0 in Führung. Da hinten sind wir schon schwach, die stehen pausenlos allein. Wie viel steht es denn? 7 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 2 Mal. 3 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 5 Mal. 6 Mal. 7 Mal. Wir sind jetzt nach dem Spiel mit zwei alten Welten. Wir sind im SV Land, Stieg Pepp, ein legendes Denkmal von SWSV und da geht es Karl auch, eine Ehre davor. Karl, du warst heute bei uns im Tag in der zweiten Halbzeit, wie viel hast du jetzt bekommen? Ja, ich habe eigentlich nur drei Tage bekommen. Wo sind die auch noch hergekommen? Ja, die hat mein Kollege in der ersten Halbzeit schon bekommen. Und wie viel waren sie dann im Ganzen jetzt wirklich? Achte waren sie im Ganzen. Achte? Und wie viel hast du geschossen von der Achte? Einzel oder andere. Wo warst du die ganze Zeit? Ich übergebe gar nichts noch. Zuerst bitte die geistlichen Herren. Lieber Fritz Rauscher, du kriegst den Teller, er hat den Hauptarbeitsmann. Richard, noch einmal herzlichen Dank. Und dir, lieber Opfer, wünsche ich, dass es jetzt aufwärts geht mit dem Verein, dass ihr genauso viel Freude habt mit dem Platz wie ich. Heute Freude habt ihr...